Einen wunderschönen, meine Lieben, hier ist wieder Martin, dein Lieblingsprotagonist. Let's play Persona 4 Golden. Ich hab Bock, hast du Bock? Wir haben Bock. Lass uns schöpielen. Wir sind hier wieder da, wo wir aufgehört haben, im Palast oder auch davor. Wahlweise bei den Schmetterlingen oder auch nicht. Und ich bin ganz froh, denn wir können endlich mal wieder so ein bisschen kämpfen. Genau, wir haben Josuke aus der Gruppe geschmissen, den Sack. Und jetzt suchen wir erstmal eine Riese. Okay, let me show you the way. Yes, ich hab hier auch ein bisschen mein Setup umgebaut. Ich hab jetzt das Mikrofon anders ausgerichtet. Ich hoffe, man kann mich jetzt ein bisschen besser hören. Ich muss auch sagen, ich bin jetzt gerade mit der Arbeit fertig geworden. Und normalerweise spiel ich Persona 4 immer spätabends. Und dieses Mal, keine Ahnung, wie spät ist es jetzt, 16.02 Uhr, können wir in den Palast. Deswegen bin ich auch ein bisschen energetischer als sonst. Und ich hab ein bisschen Hunger. Ich hätte mir was vorbereiten sollen, dass ich so zwischendurch mal wegsnacken kann. Hab ich aber nicht. Hm. The smell, this atmosphere. It's making my heart pound. Connecting to network. Tsch, 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 tsch. Okay. Alter, wir haben einen dicken Knöppel in der Hand. Ja, 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 Mädels. Wir haben einen dicken Knöppel in der Hand. Und dieser Dungeon sieht schon mal ganz anders aus. Das ist rot, hab ich keinen Bock drauf. So, gucken wir mal. Was geht denn hier? Immer schön ein Sanding Signal. Damit wir auch Hilfe von außerhalb erhalten. Und ich bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis wir diesen Dungeon durchhaben. Ob wir auch wieder zwei Durchläufe machen müssen. Oder ob wir auch beim ersten Mal durchkommen. Das wird sich zeigen. Was hab ich denn überhaupt für eine Persona gerade? Wir haben Saraswati. Saraswati ist sehr gut. Regeneriert die SP. Rashasa macht mehr Schaden. Aber probieren einfach mal, wo die Schwächen liegen. herauszufinden. Ist mir gut dabei. Tja, er macht sich direkt beliebt bei uns. Oh Mann. Einfach mal angreifen. Bats. Jawohl. Kann ich jetzt auch abgeben? Ne, kann ich nicht, ne? Ist nicht mehr so wie bei einer anderen Persona. Hm. Hm, 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 hm. Dachte, das wäre irgendwie möglich gewesen. Na gut. Dann hauen wir doch mal drauf. Great, Sensei. Go for Bro. Lebenssteinheilung. Immer gern gesehen. Es sieht aber so aus, als müssten wir doch gegen den Roten kämpfen. Ich scheue. Ich scheue keinen Konflikt. Ich scheue keinen Konflikt. Bring it on. Du Stein. Ah, pappala, papp. Resist. Und Block? Das ist natürlich nicht gut. Rampage. Papp, 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 papp. Block. Das ist noch schlechter. Das heißt, ohne SP können wir das komplett vergessen. Ja, aber das sieht doch gut aus. Jawohl, habe ich mir schon fast gedacht. Let's attack on Strangle. Yes, let's go. Bam. Wie cool wir sind. Persona. Dann will ich mal hoffen, dass die Batterie meines Controllers auch ausreicht. Ich habe schon länger nicht mehr aufgeladen. Oh, mit Vorhängen. Wie vornehmen. Aha, du Schatten. Komm her. Batz. Ein auf die Glocke. Oh. Oh, die tanzen. Das ist ja cool. Batz. Ich lasse mich auf die Glocke. Ja. Jawohl, Chie-Chan. Gut gemacht. Auf sie ist verlass. Auch wenn sie manchmal ein bisschen nervt. Wir können uns auf sie verlassen. Und das ist alles, was zählt. Verlässliche Menschen sind selten. Selten. Ja. Players Advantage. Hier gehen wir mal mit normalen Attacken drauf. Und versuchen... Ja. Aber ich glaube nicht, dass es reicht. Die Hände bringen immer so viel an der Fahrer-Sport. Oh, Mann. Not good. Noch einen Crit brauchen wir, Leute. Shit. Mulu übertreibt die Lage. Das dachte ich mir schon. Innovation. Oh. Wir brauchen auf jeden Fall einen Crit. Come on. Nichts. Boah. Dürfen aber unsere Heilung auch nicht vernachlässigen. Bald haben wir es. Hoffentlich wird das was. Rennen jetzt bitte nicht weg. Hand. Hold one. Boah. Mist. Ja. Wir haben so ein Glück. Jetzt noch einmal. Jawohl. Chill. Gut gemacht. Bam. Was gibt's? Oh. Money. Guck dir mal an, wie viel wir bekommen hier. Level up. Wer hätte das gedacht? Boah. Die ist so stark, die Chill. Counter auf jeden Fall. Light Physical Damage to one foe. Chance of Panic. Light Physical Damage to one foe. Dann nehmen wir mal Skua weg. Und holen uns den Counter. Yes. Recount. Sehr geil. Ach so. Erst auf Level 25. Jawohl. Ab nach oben. Chie-chan. Nein. Ach so. Ah. Es ist unser turn. Erst auf drei Schausch. Thatsuna. Sehr gut. Wie, 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 wie... Wo, 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 wo... Wuhh! Sie hat wieder! Hör! Es ist schnell! Komm! Oh! Das ist ein guter Geo-chan, das ist ein guter Geo-chan! Das ist ein guter Geo-chan! Das ist ein guter Geo-chan! Anni, diell rein! Persona stärker ist eigentlich auch gut. Ja, wir nehmen mal Jaxini. Neuer Dämon ist immer gut. Auch irgendwie eins meiner Lieblingspersonas oder Dämonen, wie auch immer. Nur leider nicht so stark. Also in keinem Spiel wirklich stark. Ich glaube, in Lucifer's Call war sie ganz okay eine Zeit lang. Aber ansonsten in keinem anderen Persona-Spiel, wo ich mich dran erinnere, dass sie irgendwie super gut war. Da freue ich mich übrigens auch drauf. Lucifer's Call. Lucifer's Call. Das Remake bald für die Play-Z. Werde ich mir auf jeden Fall holen. Da muss ich mir auf jeden Fall noch eine Capture-Card besorgen. Bin gerade schon am Schauen. Es gibt noch eine, die ist mir ins Auge gestochen. Kostet aber 300 Euro. Elnato 4K. Plus oder so. 4K 60 plus. Und die ist ziemlich gut. Das ist das Beste, was es gibt aktuell so im Gaming-Bereich. Aber auch ultra teuer. Ich meine, 300 Euro ausgeben für etwas, das einem selbst irgendwie gar nichts bringt. So ein bisschen schlecht. Aber ja, ich würde schon gern meine Erfahrung streamen. Ja, was heißt streamen. Aufnehmen. Und dann hochladen. Sind auf jeden Fall ein paar gute Spiele auch bei mir so in der Mache. Ich habe keinen Schlüssel. Und ja, Final Fantasy 15 werde ich hochladen. Ist schon abgedreht tatsächlich. Habe ich durchgespielt schon. Hattet ich richtig Lust drauf. Habe ich auch super schnell durchgespielt. Hat trotzdem echt lange gebraucht. Ich habe ein ganzes Wochenende gespielt. Und dann noch ein paar Tage. So, wo ich Zeit gefunden habe. Und ist schon abgedreht. Ich weiß nicht, wann ich es veröffentliche. Ist aber ein tolles Spiel. Wirklich. Ganze Story auch. Und das ein oder andere Geheimnis noch dazu. Wirklich lohnenswert gewesen, das wieder mal durchzuspielen. Das ist das zweite Mal, dass ich es durchgespielt habe. Diesmal in der Windows-Version. Und ja, alternatives Ende noch rausgekitzelt. Episode Ignis. Sehr, sehr geil. Werde ich auf jeden Fall hier veröffentlichen. Und ich habe auch schon ein paar andere Spiele im Auge. Ich habe auch eins besonderes schon im Auge. Das habe ich auch angetestet, was die Grafik angeht. Ist ein älteres Spiel, aber auch eins meiner Lieblingsspiele. Und das Spiel nennt sich The Legend of Dragoon für die Playstation 1 damals. Und auf dem Emulator geht es ganz gut. Ich habe es tatsächlich noch hier auf CD rumliegen. Aber ich habe gar kein Wiedergabegerät. Also mit dem Emulator geht es gerade noch so. Aber da auch noch super Auflösung. Und sieht mehr oder weniger ganz gut aus. Was hältst du von The Legend of Dragoon? Würdest du es gerne sehen? Dann schreib es mir in die Kommentare. Und ja, je nachdem wann du dieses Video hier siehst. Vielleicht ist es ja auch schon online. Aber lass mich wissen, was würdest du lieber sehen? Lucifer's Call oder The Legend of Dragoon? Lass es mich wissen. Verdammt, ich brauche einen Schlüssel. Zwei goldene Truhen schon gefunden. Du musst dafür leiden. So, ja, wir sind ja gut dabei. Ja, Kanji hat nicht so viel MP, wie ich sehe. Das lässt bei ihm schnell nach. Aber er ist auch nicht gerade sehr sparsam. Was das angeht. Ja, was wird noch demnächst veröffentlicht? God of War habe ich abgedreht. Das kommt jetzt nach und nach online. Da bin ich mit durch. Und ich habe auch noch angefangen The Witcher zu spielen. Da bin ich noch nicht ganz durch. Das ist ein ultralanges Spiel. Ist auch sehr, sehr gut. Also hätte ich nicht gedacht. Ist auch das erste Mal, dass ich es gespielt habe. Also quasi blind Playthrough. Und ganz gut. Wirklich, wirklich gutes Spiel. Kann man sich nicht beklagen. Aber das Problem ist natürlich, wenn ich dann zu viele Spiele auf einmal online schalte hier, dann bin ich natürlich auch in der Verpflichtung, die alle durchzuspielen. Und so viel geht gar nicht. Obwohl mir Persona zum Beispiel hier ganz viel Spaß bringt, ist es für mich auch schwierig, täglich irgendwie ein Video hochzuladen. Das Commitment ist halt schon da. Aber trotzdem ist es schwierig. Weil man hat nicht immer jeden Tag Lust zu spielen. Und manchmal möchte man mal einfach so casual was anderes zocken. Und deswegen kann ich nicht zu viele auf einmal hochladen. Weil dann müsste ich auch liefern. Und deswegen lieber nach und nach. Und langsam wird bei mir so als Selbstständiger auch die Auftragslage wieder ein bisschen besser. Und dann hat das natürlich auch Priorität. Deswegen muss ich erst mal schauen, dass ich alles irgendwie zum vernünftigen Maß unter einen Hut bekomme. Das sind aber viele starke Gegner. Jawoll, Chie! Marad. Jawoll. Jawoll. Ja, schon wieder. Oh, jetzt können wir bis zu 10 Personas sammeln, tragen. Oh, ein Level, dann gibt es Rekam. Rekam ist ein Skill, mit dem können wir Teamkameraden, die im Krieg gefallen sind, wiederbeleben. Was erwartet uns hier? Oh, ja. Was für ein schöner Raum. Jesus Christ. Sie sieht aus wie jemand, den ich kenne. Oder mal gekannt habe, wie auch immer. Oh, ja. Du wirst nicht mehr sehen, mit all diesem Schmuck, oder? Okie-dokie. Nur folgst mich ein bisschen weiter in, und ich werde provee, dass ich ein bisschen so gut wie meine Worte bin. W-were sind wir so gut wie das? Das ist... Das ist... Das ist ein bisschen weit. Das ist ein bisschen mehr. Das ist das Worte. Das ist... 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 Oh, es macht mich so schuldig. Komm, schau mal auf das echte ich. Warum bist du? Wir haben es besser geblieben. Das ist ein tausendmal schlimmer, als nur ein paar nassige Geheimnisse zu hören. Die Schäden sind wirklich aggressiv. Was wir gerade gesehen haben, ist, was die Riese-Gerl zu verpressen. Sie wird in diesem Fall in der Probleme. Also, ich glaube, ich bin jetzt auf der Rescuteam. Okay, lass uns gehen. Ich mache mal das Spiel ein bisschen lauter. Ich hoffe, dann ist das Erlebnis für dich besser. Ich weiß jetzt nicht, wie es rüberkommt. Das ist manchmal ein bisschen tricky einzustellen. Das ist ein starker Mann! Don't get hurt! Oh, Sensei! You knocked it down! Protect me, Tomoe! It's down! Alright, guys! Ha! Here goes... Persona! Play it down and die already! Rrr! Rrrr! No one stands in Sensei's way! Ja, ich bin da. Chillen. Level up. So, weiter Richtung Sonnenschein. Wo bist du? Riese. Das ist ein starkes Enem. Weak zu Eis. Weak it's my turn. Bring it on! Come on! It's down! Let's move, Chiechan! It's down! Let's do it! Give it up! Tja, Phoenix in unser Herz geschlossen. Ist das nicht schön? Weiter geht's! Weiter geht's! Jawoll! Wo sind wir jetzt? In welchem Flur? Flur 4, oder? Flur 4, ja. Das ist ein starkes Enem. Don't get hurt! Wenn ich mich entscheiden müsste, ob ich Diät machen soll, oder ins Fitnessstudio gehen, dann würde ich mich entscheiden müssen. Dann würde ich auf jeden Fall liegen bleiben. Ne, ich würde lieber trainieren, als ins Fitnessstudio zu gehen. Hä? Was? Ich würde lieber trainieren, als Diät zu machen. Training ist schön. Ja. Muss ich heute auch noch. Bats! Pff! Macht er aber auch viel Crit hier. Du kannst ihn runter! Oh, Kanji! Das war super cool! Gott sei Dank, er ist gesilenced. Das heißt, er kann keine RMP verschwenden. Kannst du nicht? Kannst du nicht? Kannst du nicht? Kannst du nicht? Oh, hier bin ich! Geh das! Das ist absolut das Beste überhaupt. Sehr schön. Zierstück. Ich habe vier Enemies gesehen, ich zeige euch! Ja, ich werde. Oh, Chiyu ist ein Fartier-Bester. Null Wind. Sehr, sehr geil. Okay, alles gelernt, was ich mit ihr lernen kann. Dann werde ich sie mal weiterentwickeln, wenn ich nächstes Mal die Gelegenheit dazu habe. Und es natürlich auch sinnvoll ist, schauen, was wir aus Sarasvati zaubern können. Das sagt Teddy immer. Ich kann ihn schon gar nicht mehr ernst nehmen. Hier geht's. Push it high! Three enemies down! Just stand ready! I live for this part! There! Uh-oh, Yuki-chan's showing no mercy. Go, Sensei! You knocked it down! Go to town, Senpai! Great, Sensei! Go for broke! Amazing, Sensei! Keep it up! Don't think. See. Be right! There is some music. Have a good time. Yes! Reset, hör auf, mich zu teasen. Teddy springt richtig drauf an. Hallo, Rota. Schleiner. Das ist nicht gut. Wenn wir enraged werden, haben wir ein Problem. Hier geht's, Hersona! Verdammt, ich konnte es nicht enden. Das ist nicht gut. Gott sei Dank. Oh, nochmal, verdammt. Enraged werden ist nicht gut, weil die ja physische Angriff-Immun sind, die Steine. Das heißt, wir machen dir dann keinen Job mehr. Aber den umso mehr. Hier geht's. Er ist in Rampage-Mode. Gut geht's, Kanji. Ihr blood muss beboilig. Nice. Oh, crap. Oh, ich hatte Schroeder. 72. Sie macht doppelt so viel Schaden wie der Hauptcharakter. Yes, Soul Drop! Es scheint, aber ich bin sicher, dass du gewinnen kannst! Es ist Zeit! Hier geht's! Es ist Zeit! Damn, ich konnte es enden! Das wird ein Stück für Yuki-Chan! Come on! So, wer ist in der Linie für eine Stompe? Alright, Powered Up! Ja, ich habe eine Zex! Ja, ich habe eine Zex! Das sind nur zwei Gegner! Ach so! Ach so! Ich konnte es nicht! Das wird fit! Ums sie TS 36! Ah, Mechs! Was ist der Plan? Ja! Bis dann! Ich will es nicht! Das ist nicht nur ein seltenes Monster. Ja mit dem Stuhl draufhauen, das ist so lustig. Ja mit dem Stuhl draufhauen, das ist so lustig. Ja mit dem Stuhl draufhauen, das ist so lustig. Danke. Ja mit dem Stuhl draufhauen. Ja cool, einen haben wir. Das ist so lustig. Nice. Oh 5000 Erfahrungspunkte. Und wir haben Rekam. Sehr gut. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Das ist so lustig. Ich muss sagen, die ersten beiden Dungeons waren viel schwerer als das hier. Beat, auch okay. Ich glaube, wir haben keinen Schlüssel mehr. Oh, schade. Mist. Du kleiner Mieser. Das ist nicht okay. Nein. Nein. Ei, 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 ei. Bring it on! Ah, es hat auch nicht so viel gemacht. Oh, 2000 Erfahrungspunkte. Kann man sich nicht beschweren. Magic Mirror. Aber wir müssen auf jeden Fall einmal richtig heilen. So. Tja, wo geht's lang? Ich habe no idea. Where to go? Where to go here? I have no idea. Da wir kommen her. Das heißt, wir müssen diesem Gang folgen. Jawoll. Jawoll. Woah, I'm so happy you came. But still, I'm a little embarrassed. So I'm gonna turn the lights off. Oh. Oh, so. Ja, das geht ja noch. Das ist ein starker Mann! Nicht verholt! Oh, das heilt die auch noch. Oh, Yuki-chan, das war schön! Nicht gut. Feuer, Feuer! Wulsch! Wulsch! Attack! Mabufu-la! Nooo! Yuki-chan! Das sieht nicht gut aus. Yuki-chan ist in Gefahr! Help! Samua! Ohoho! Das ist einfach zu krass. Ohoho! Das ist einfach zu krass. Ohoho! 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 Wulsch! Ohoho! Oh, sheмоabedos! Hahah shared, hermit. Frock! 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 Oh... I can't defeat it! Buh-buh-buh-buh-buh-buh-buh! Frock! Diamond Shield? Oh, cool. Erhöht die Verteidigung von all meinen Leuten. Von den Party People! Oh nein! Ich hab doch drauf gehauen. Ah, come off! No way! No freaking way! I make you fertig! Mabufu! Oh, I've had it with you! Come on! Wabwabwabwabwabwab! Easy breezy. Wir haben wieder keinen Schlüssel, deswegen gehen wir hier im Dunkeln lang und suchen uns einen Schlüssel, bis wir zum Endboss angelang. Ich kann nicht anders außer singen, denn das ist mir hier zu dunkel. Ich sehe kein Licht und hab Bock auf den Döner. Jetzt zeigen wir, wer die Keule in der Hand hat. Oh, chill. Oh, pop, pop, pop. Nice gemacht. Quatsch. Shuffle time. Hi, Pixie. Ciao, Pixie. Ich gehe mit meiner Keule und meine Keule mit mir. Hmm. Das ist ein starkes Wettbewerb! Das ist ein starkes Wettbewerb! Teddy ist zu holen. Oh nein. Enraged. Das wird krass. Das ist krass. Das ist richtig krass. Nein! Das tut richtig weh! Nein! Reif doch nicht! Oh! Alter! Oh ja! Nein! Oh ja! Alter, hab ich Glück! Oh! 570! Süß! Dass sie überhaupt zu viel Leben hat! Jesus! Kanji, mach was! Was? Puh! Wir müssen das schnell beenden. Heilen bringt doch nicht viel. Sonst werden wir wieder enraged. Oh! Chill! Nein! Chill! Oh mein Gott! Ich warte auf den Repel! Oh! Oh! Nein! Leute! Ihr müsst draufhauen! KI! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Jesus Christ! Eat this! Jawoll! Ja! Gerade so! Uh! Amazing Sensei! Yes! Level 28! Und sie auch! Level 26! Damn! Höchste Eisenbahn! So! Haben wir etwas, um unsere SP zu heilen. Ups! Okay, das ist ziemlich gleich aufgebaut, sehe ich gerade. Mir fällt gerade oft die Musik ist neu. Yes, let's go in it. It's my first time, please be gentle. Diese Parallelen werden immer deutlicher. Oh shit, was ist dies? Aha, 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 wie symbolisch. Stagninend End, that's not good. Virus Wave, Jesus. Item, Las Vegas, wir machen mal Diamond Shield, das was wir gefunden haben, hilft uns jetzt sehr. Come on, die Sauna. Nee, das ist schon nicht mehr so Larifari. Enemies strike down, let's go. All out attack. Twin Dragons, yay. So cool. Oh ja, jetzt auch nicht so krass, ne? Alter, sie hat's repellent. Ist die cool drauf. Persona. Das Mindeste, was ich tun kann. Boah, Kanji regelt. Jetzt nochmal. Weakness. Jaja. Wats. I think Yuki-chan is poisoned. Soon. Hasona. Come on. Put down her. Yikes, es ist tot. Lass die da. Lass die da. Du bist soнали. Das war's mit dir Yes Haben wir wieder gewonnen Puh Keine Chance Wir werden immer stärker Die Gegner haben uns bald gar nichts mehr entgegenzusetzen What is this immense feeling of Disappointment I didn't even get a chance to choose Have I been fooled Let's just go home now sensei Nein Quitting Oh I'm weak No Ichi-chan's in rampage mode Oh 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 Yuki-chan's health is too low Fix it I am Doh Doh Was hat er damit gemeint, dass wir zurückgehen sollen? Chie-chan, you're hurt Get some help Mist Hätte ich gar nicht angreifen brauchen Na gut Bulger Enraged Yuki-chan's Yuki-chan's Mord Oh Oh It's down Oh Get ready to go Galactic Punch So gut Krass, wir sterben da noch die, ne? Hm, das ist nicht so gut Oh doch, okay Chie-chan ist sicherlich powerful Krass, wir sterben da noch die Ja Oh Couldn't finish it Oh 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 Äh Oh 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 Es CRIS Vielleicht kommen wir ja jetzt in die Tür rein. Wir sind auch schon auf der siebten Etage. Wenn ich mich richtig erinnere, war bei den anderen Dungeons nach acht Etagen Schloss. Aber wir gehen... Nein, hier gehen wir nicht nach. Schauen wir mal. Yes! Good evening, it's me, Rize Kujikawa. Why don't I tell all you fans a little about myself? What's this? What's she up to? Hmm, what should I talk about first? Hmm, never mind. Maybe some other time. Lame! Er will Tiddy's hin. Wenn du mich fragst, will Teddy Tiddy's hin? Das ist ein starkes Wettbewerb! Nicht verhörter! Yuki-chan ist verrückt! Yuki-chan ist verrückt! Rarararaa! Jawoll! Das tut weh! Stagnant Air! Stagnant Airpods pro... Das gibt auf die Messe. Oh, es tut weh. Und er noch nochmal. Oh. Oh, Chia-Chan, das war beautiful. Oh, Chia-Chan, das war beautiful. I get that desert. Pathetic. Ha! Kein Bedarf. Mein Ziel, Bosskampf. Und bevor wir dort sind, noch einmal zurück, schnell heilen, neue Persona kreieren, fusionieren. Und dann den Gegner besiegen. Ich hätte voll Lust, mal wieder in eine Disco zu gehen. Aber mit den Corona-Zuständen aktuell nicht nötig. Jetzt ist Freitagabend, es ist 16, 17 Uhr, genau 17 Uhr, gerade umgesprungen. Eigentlich wäre jetzt so Zeit, ein bisschen Wohnung aufräumen, duschen, vielleicht nochmal irgendwie eine Kleinigkeit essen. Dann zu den Freunden fahren, vielleicht ein bisschen was trinken, ein bisschen reden, Musik hören. Ein paar Gesellschaftsspiele spielen oder was auch immer. Und dann mit den ganzen Leuten ab in den Club, Flasche holen, Tisch mieten, pipapo. Das wäre doch mal richtig schön, neue Persona. Wir haben schon gesagt, wenn Corona vorbei ist, dann werden wir uns einen Tisch mieten und ein paar Flaschen holen. Das ist das auf jeden Fall, was wir machen werden. Da freue ich mich drauf. Aber bis dahin genieße ich meine Zeit als berühmtester Let's Player nördlich der Landkarte in Niedersachsen. Nordrhein-Westfalen. Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vortrinken. Ganz genau. Wo sind die Party-People? Wenn die Discos wieder aufmachen, dann bin ich wahrscheinlich viel zu alt, um überhaupt dort hinzugehen. Oh, graue Haare. Ach, komm, Teddy. Komm schon. Jawohl. Das war schön. Oh, das hat reingehauen. Jawohl. Batz. Was für eine Truppe. Keiner kann uns was. Wir marschieren hier einfach durch. So stark habe ich mich noch nie gefühlt im Leben. Liegt vielleicht an den Nägeln, die ich in die Keule reingeschlagen habe. Jawohl. Auf nach oben. Jetzt sind wir... Etage 9. Let's see my work right now. Yeah, I think it's really fulfilling. I had launched to be an Idol ever since I was a kid. Every day is so much fun. It's really fulfilling for me too, since I'm with you guys, Sensei. Thank you, Sensei. You're welcome. Oh, ist das etwa eine Truhe? Das ist eine Truhe. Nein! Scam! Alter, drei Stück. Ein rare Monster. Beat the stuffing out of it. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Entweder fliehen alle. Aber eigentlich eintöten könnte das schon gut genug. Bitte, 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 Trigger, Trigger, Trigger. Das wäre Instant Death. Hat nicht funktioniert. Er ist verhört. Drei Enemies! Let's get through this! Komm! Take it! Hey, chill macht aber auch Schaden. Kannst du es wagen? Klatsch. Hm, Miss Monaut. Pass auf! Komm! 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 Tänk! Ich könnte es nicht bewegen. Ja! Es ist so persistente. Hier geht es! Persona! Ich bin weg. Ich bin weg. Ich bin weg. Der Enem rief. Ach komm! Ich bin weg. Was ist lustig über Yuki-chan? Persona! Ich könnte es nicht bewegen. Ich bin weg. Ich bin weg. Hier geht es! Ich bin weg. Hier geht es. Persona! Oh, nein! Ich hab's geahnt! Die Chance war von Anfang an da. Tja. Naja. Passiert. Aber hey. Livestone bekommen. Mana verspendet. Juhu! Na gut. Oha! Ja! Das ist ein starkes Yumi. Ich bin nicht verhörter. Ich bin nicht verhörter. Ich kann es nicht verdienen. Zäh. Oh! Gale Slash. Slitz. Ja. Aber, ja. er trifft nicht wirklich, ne? Es funktioniert nicht. Das kann nicht sein. So kann es sein! Ja! Oh, Alter. Aber sowas von. Da geht das Mana flöten. Ist ja gar kein Mana. Sind MP, oder? Magic Points? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube schon. Rebellion. Oh, nein. Alter. Mach's wieder! G.A. Chan's in Rampage Mode! Not. Good. Hm. One enemy! Fight! 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 Persona! Ja. Jawoll. Kanjiku. Gut gemacht. Rampage. Cool. Gut gemacht. Rampage. Cool. Nur für die nächste Persona. Die ich fusionieren werde. Ich will nicht so viel kämpfen. Ich will jetzt mal langsam hier zum Boss. Also, manchmal ist es schon irgendwie anstrengend, muss ich sagen. Also, das Spiel ist gut. Es macht Spaß. Aber die einzelnen Episoden sind zu lang. Also, ich meine, die Dungeons sind zu lang. Und dann hat man erstmal lange Zeit keinen Dungeon mehr. Und dann ist man halt in dieser echten Welt, wo man halt diese Lebenssimulation lebt. Und die Parts sind auch zu lang. Also, ich finde, die Mischung wäre besser, wenn man diese einzelnen Abschnitte irgendwie kürzer machen würde. Und dann werden sie auch dichter aneinander. Und das wäre schon besser. Tja, Teddy. Dann hast du wohl verloren. I'm all empty. Tja, krass. Es geht immer noch weiter. Nicht gut. Auch nicht gut. Tja, das habe ich verloren. Eine andere Wahl, ne? Also, ich will zaubern. Hm. Hm. Habe ich überhaupt genug Geld, um mich beim Fuchs zu heilen? Ist die Frage. Das ist was? Ein Panzer? Ja. Ja, cool. Gut gemacht. Nice. Ich heile mich lieber. Ich heile mich lieber. Persona! Mann, weiß ich ja nie. Oh. Nein. Ja. Ich heile mich lieber eco-farmungen zu verraten. Bei mir ist es sehr würes Animation. Eieieiei, das macht ja gar nichts. Was? Yikes! It's tough! I couldn't do it! Chiechan's really hurting! Heal her! Someone finish it off! That was easy! Oh! Did I level up? Oh, okay! 52.000 haben wir! Dann können wir uns sicherlich auch heilen! Was? It seems strong, but I'm sure you'll win! Keep it up! You're awesome, Sensei! Go, go, go! Take this! Chiechan is swatting them left and right! I can't defeat it! Damn, couldn't finish it! Just one enemy left! Chiechan! This isn't good! I can't defeat it! Damn, couldn't finish it! Yuki-chan's health is too low! Fix it! Hey... I can't defeat it! I can't defeat it! It ain't going down! Just one enemy left! Just one enemy left! Yeah! Couldn't quite beat it! Fair! So persistent! You're playing down and die already! Yuki-chan's health is too low! Neverland is too low! And you're playing around with the game! I can't say something like that! I can't defeat it! Well, I can't defeat it! I can't defeat it! I can't defeat it! You're gonna defeat it! Na, ich hoffe mal, dass das hier die letzte Etage ist. Es scheint stark, aber ich bin sicher, dass du gewinnen. Ich muss MP sparen, der kann mir nichts anhaben als Protagonistin. Ist ja wohl klar. Aber den Würfel muss ich angreifen. Ich kann es nicht verletzen. Awesome! Chiechan's in Rampage Road! Ich kann es nicht verletzen. Come on! Someone finish it off! There! Direkt hit! Ready? It will end here! Couldn't quite beat it! It's time, GA! Coming! Yay! Twin Dragons! Ha! Did that do it? I'm gonna die! I'm gonna die! Yes! Oh, right! Yay! I leveled up! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ah, so viele Oh, shit Nein Ach, die schon wieder Ich fisch, ich fisch Ich fisch, ich fisch Ich fisch, ich fisch, ich fisch Ich fisch, ich fisch Ich fisch, ich fisch, ich fisch Ja, die KI ist nicht sonderlich gut, muss ich sagen Sonst hätten die sich auf einen konzentriert Ich fisch, ich fisch, ich fisch Ich fisch, 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 ich fisch Ha! Ausgetrickst! Hand! Shit! 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 Doppel-Shit! Was ist das doch für ein Gegner, ne? Oh Mann! Das ist der beste Angriff überhaupt. Nice! Arsch! Ich konnte es nicht tun. Nein, noch einer. Ah! Three enemy reinforcements! Oh. Shit! Was ist der beste Angriff? 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 Oh jeez, das hat. Persona! Someone finish it off! Yuki-chan's mad as heck! ... Is even full time off? Das ist so persistiert! Das könnte schwierig werden. Wiesing Sensei, keep it up! We have fight! There! I can't defeat it. Oh, muss ich hin? Nix. Yeah. Okay, erstmal Goho M. Leave the dungeon. Gut, wir sind geheilt. Und ich speichere erstmal und sage, danke, dass du zugeschaut hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, hinterlasst mir ein Like, gerne auch einen Kommentar und abonniere meinen Kanal, hau auf die Glocke. Und beim nächsten Let's Play werden wir eine neue Persona fusionieren. Schauen wir mal, was wir uns gönnen können. Und anschließend bestreiten wir den Bosskampf und schauen, wie weit wir kommen. Aber ich denke mal, den sollten wir packen. Gut, in diesem Sinne alles Gute und bis zur nächsten Folge. Dein Martin. Ciao.